Und Peace! Willkommen zu Remastered, Freunde. Herrschaft wird gespielt. Crossfire. Peace! Danke fürs Einschalten. Ihr seid geil. Danke für die tolle Unterstützung. Danke für eure Likes, Kommentare, Mundpropaganda. Das Teilen im World Wide Web. Wir heben ab, Freunde. Aber es gibt auch ab und zu einmal einen Sturzflug hier. Durch die Herrschaft, Freunde, habe ich echt zu wenig gespielt. Man hat hier einfach viel mehr Zeit, zwei Runden mehr Kills zu machen oder mehr auf die Fresse zu kriegen. Ich hoffe, ihr genießt die Freakshow. Schau, schau, schau. Ist da jemand? Nein. Ist da einer? Ja, da ist einer. Da ist noch einer. Noch einer. Wo ist der dritte? Der ist jetzt da drin. Der ist im Haus. Da ist einer. Da war noch einer. Genau der. Genau der, Freunde. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Er kommt. Er kommt. Ich höre ihn. Er kommt. Kommt noch einer? Kommt noch einer? Der vermutet mich wahrscheinlich jetzt da. Ich gehe mal da wieder weg. Da läuft was. Da läuft was. Scheiße. Glück gehabt. Da ist einer. Er wird gemessert. Ah, ich meinte mit der Axt. Weil die Axt habe ich ja. Okay, wenn du drauf gehst, reche ich mich. Ich reche mich. Komm her. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Püt, 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 püt. Komm. Da ist ja einer. Da war einer. Nee, 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 Kollege. Nein, 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 nein. Da spiel nicht mit. Ich bleibe lieber hier. Da ist noch einer irgendwo. Okay, da ist safe. Hinten was? Nein. Nein! Er hat mich weggecampt, Alter. Schau. Er hat mich voll weggecampt, die Sau. Dann holen wir halt jetzt den Helikopter. Ich wollte eigentlich noch keinen holen. Ich wollte ihm nicht... Nein, nein, weg, weg, weg. Geh mal, weg. Lächerlich, oder? Lächerlich. Ich wollte ihm nicht gleich die ganze Freude am Spiel nehmen hier. Zweimal lächerlich gestorben. Scheiße. Wie lächerlich sind die Gegner, ey. Wie lächerlich. Traut euch doch was, ihr Pisser. Ja, so wie der da. Und der da, der gleich drauf gehen wird. Ja, genau so. Ja, der dritte auch noch da oben. Komm schon. Komm schon, Gamer. Hubschrauber, haben sie... Ihr Hubschrauber killt gleich 20 Leute, Alter. Meiner trifft nicht einmal irgendeinen Scheiß. Muss ja alles selber machen, ey. Komm her. Komm her. Ja, wieder ein Dreier, ey. Wieder zu dritte, Alter. Drillinge, oder was? Mann, ey. Drei Gegner auf einen Haufen, ey. Das ist ja ein bisschen tödlich. Wie man gesehen hat. Die Scheiße hol ihn mal jetzt. Die Scheiße hol ihn mal alleine, Mann. Scheiße hol ihn mir. Ihr Pisser hier. Alle weggeholt. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Geholt. Geholt, Freunde. Scheiß, geflasht hier. Seh nix. Ha. Ist noch einer da? Noch einer da? Special Force hier. Gamer. Ich warte auf euch hier. Ihr Wichser. Den hol ihn. Den hol ihn. Du Arsch. Ja, eine. Einen gesehen. Einen gesehen. Scheiße. Hä? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Scheiße, Mann. Ah, siehst du. Mann. Ich mach die ganze Arbeit, Alter. Echt. Messer. Ah, ich vergiss das immer. Hier, Axt. Hier, zack. Kollegen. Ich dachte, da war noch einer gerade. Sprung. Wo, wo bist du? Wo, wo kommst du? Von oben, oder? Du bist so ein Missgebot, Alter. Wieder der gleiche Typ. Wieder am gleichen Fleck am Campen. Ist ja lächerlich, oder? Hier. Ah. 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 Da ist was los. Da ist was los, Mann. Hey, zu viert, Alter. Hocken sie da, ey. Zu viert. Wieso werfe ich keinen Nate? Wieso gehe ich nicht auf die Seite? Wieso mache ich sowas nicht? Weil ich mir einfach denke, ich kann sie alles so holen. Hier. Habt ihr ein Flash. Nate. Schnell da durch. Den hole ich noch. Den nehme ich noch mit. Ah. Musst du mich überraschen. Ich wollte denen voll in den Rücken kommen, denen Wichser. Wieso startet ihr da oben, Alter? Wieso startet ihr da oben? Huh? Huh? der blöde wichser hier du wichser du elendiger wichser du missgeburt stirbt da oben ja aber ich hab dich alter ich hab dich hab ich hab's abgesehen nur auf dich alles andere war mir scheißegal du zipfel da oben am campen alter hubschrauber hey kommen bitte ja komm schon rein 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 komm jawohl ja da oben bin ich da oben ist wieder einer drin herr überlebt das guckt euch die scheiße an was da geschluckt hat alter jetzt reg ich mich wohl auf weil so die hundertprozentigen kills alter die hole nicht aber ich hab gewusst dass du da bist ich hab gewusst halt dass du da bist mich kannst du nicht flashen ich mach mit dir sowas hier melonenfutter man hey das ist so lächerlich hätte es ja genau da ist tatsächlich wieder oben mann und einer wieder da oben drin ja vielleicht so sehr rein jetzt hoch hey er bringt mich um er bringt mich um ist ja lehrlich oder hey die hundertprozentigen dinge die gerne drauf bei hundertprozentigen kills alter stirbte hund mann hey immer wieder immer wieder so abgekämpft alter richtig abgekämpft alter den kill hätte man schenken können oder last kill nein so punkte stand 37 23 23 mal wieder aufgegangen ja lecker mio ich dachte ich wäre viel besser alter ja gut der zweitbeste bei uns freunde 18 32 was soll's freunde ich wünsche euch viel spaß danke fürs zusehen und macht's gut ihr lieben lieben menschen da draußen in der welt